Musik Viel, meine Damen und Herren, sehr viel hängt davon ab, in welcher Stadt der Reisende die Grenzen des andere Land überschreitet. Wenn man aus Frankreich kommt, sollte es nicht Aachen sein, jedenfalls nicht im späten Herbst 1843, jedenfalls nicht, wenn man Heinrich Heine heißt und seit vielen Jahren keinen Fuß mehr auf deutschen Boden gesetzt hat. Noch immer das hölzern-pedantische Volk, noch immer ein rechter Winkel in jeder Bewegung und im Gesicht der eingefrorene Dünkel. Und natürlich gibt es die hoch- und spürnäsigen Aufpasser des preußischen Zollvereins, die misstrauischen Duaniers. Sie sind neu und sie beschnüffelten alles, kramten herum in Hemden, Hosen, Schnupftüchern. Sie suchten nach Spitzen, nach Bijouterien, auch nach verbotenen Büchern. Und kommen Tölpel, die sie sind, nicht selbstverständlich darauf, dass alles Verbotene, alles die Sicherheit und Ordnung Bedrohende, mit denen alles dringlich zu konfiszierende, sich allein in des Dichters Kopf, in seinem, wie er sagt, zwitschernden Vogelnest befindet. Wir schreiben den Monat November. Und Deutschland ist eben, wie es der Titel eines der berühmtesten Gedichte von Heinrich Heine bestimmt, Deutschland ist ein Wintermärchen. Jedenfalls für einen, der, wie unser Dichter, wir haben es bereits erwähnt, meine Damen und Herren, der vor exakt 13 Jahren gezwungen wurde, dieses Land zu verlassen. Aber gibt es inzwischen vielleicht auch Bewegung, Erwärmung, Fortschritt im alten Deutschen Reich? Heines nächste Station führt ihn nach Köln. Für einen geborenen Düsseldorfer ist das bekanntlich keine ganz unproblematische Stadt. Dennoch, in Köln gibt es Hoffnung. Hoffnung, wenn auch der zynischen Art. Immerhin ruht der Bau des dortigen Doms. Stillstand seit dem späten Mittelalter. Das macht dem Dichter Hoffnung, der auf den Dom, wie er sagt, die Bastille des freien deutschen Geistes, der auf diesen Dom dichtet. Denn eben die Nichtvollendung macht ihn zum Denkmal von Deutschlands Kraft. Naturgemäß ist das nicht nur ein einfacher, es ist gleich ein mehrfacher Sport, den Heinrich Heine hier in seine Verse kippt. Vordergründig kühlt er ein freches Mütchen an der Nachbarstadt. Doch aus den umliegenden Zahlen wird überdeutlich, dass es ihm weitaus nachdringlicher um zwei andere Erwägungen geht. Die eine ist religiöser, doch eigentlich mehr als nur religiöser Natur. Denn recht betrachtet ist es Luther, ist es die Reformation, die den Bau dieses katholischen Gotteshauses aufgehalten hat. Und wie wir Heinrich Heine kennen, geht es ihm nicht allein um Luther. Es geht um Reformation, um Auflehnung, um Protest, auch um den Kampf der Unterdrückten, der Bauern. Selbst wenn Luther zu denen ein zwiespältiges Verhältnis unterhalten haben mochte. Denn es wächst hinieden Brot genug für alle Menschenkinder. Auch Rosen und Mürten, Schönheit und Lust und Zuckererbsen nicht minder. Ja, Zuckererbsen für jedermann, soweit die Schoten platzen. Den Himmel überlassen wir den Engeln und den Spatzen. So viel zum Himmel, nicht nur über dem Kölner Dom. Bleiben noch ein paar Sätze zu verlieren über diese Kathedrale als Symbol einer nationalen Einheit aller Deutschen, aller aufrechten Heine, hätte gesagt, aller zopfgestärkten Deutschstümler. Die hatten zu jener Zeit, wir reden hier von den frühen 1840er Jahren, den Dom zu Köln zu einer mythischen, mystischen Verklärung des Reichsgedankens in seiner mittelalterlichen, prunkvollen Form erhoben. Spenden für den Dom, Geld, Holz oder Steine, waren Spenden für die Idee eines konservativen Kaisertums, das sich trotzig und glücklich abhobt von, sagen wir, dieser aufmüpfig republikanisch-bürgerlichen Gleichmacherei im benachbarteten Frankreich. Deswegen noch einmal Heines Jubel, denn eben die Nichtvollendung macht ihn zum Denkmal von Deutschlands Kraft. Der reisende Heinrich Heine, der Dichter von Deutschland ein Wintermärchen, hat diese Verssatire geschrieben, als er wieder nach Frankreich, nach Paris zurückgekehrt war. Bei diesem Besuch war er mehr als 47 und seit mehr als einem Dutzendjahr nicht mehr in der Heimat gewesen. Und so hatte er Heimweh nach diesem Land des hoffnungsvollen Stillstands, genoss die Reise trotz der holprigen Wege und dem allgegenwärtigen Kot auf den Straßen. Denn da gab es ja noch andere Erinnerungen. Der Tisch war gedeckt, hier fand ich ganz die altgermanische Küche. Sei mir gegrüßt, mein Sauerkraut, holzselig sind deine Gerüche. Gesturfte Kastanien im grünen Kohl, so aß ich sie einst bei der Mutter. Ihr heimischen Stockfische, seid mir gegrüßt, wie schwimmt ihr klug in der Butter. So herzbewegend, leicht berührend und einsichtsvoll hat zuvor und danach niemand mehr über Deutschland Verse gezaubert. Selbst die ehrwürdige Loreley fing bei seinen Gedichten an zu tanzen. Und wer so spielerisch eindringlich Wahrheiten, Wahrheiten auch über politische Verhältnisse ausdrücken kann, der wird auch bald der Obrigkeit auffallen. Nachhaltig und negativ naturgemäß. Denn Deutschland, wenn wir das Konstrukt aus Fürstentümern und anderen städtischen und ständischen Verwaltungseinheiten unter diesem Begriff zusammenfassen dürfen, Dieses Deutschland stand seit Jahrzehnten ein Zeichen der noch von Fürst Metternich nach dem Wiener Kongress geprägten Restauration und Reaktion. Ein bösartig, kleinmütiges, autoritär geducktes, billig romantisierendes oder schlicht begottes Heimatland, war das politische Gespinst, das Heine verlassen hatte, das Heine verlassen musste. Der Dichter war nämlich einer der führenden Köpfe des jungen Deutschland. Einer von ihren Feinden als politisch-literarische Bewegung verfolgten Gemeinschaft, die in Wirklichkeit nie als Organisation in irgendeinem verbandsähnlichen Sinne existierte. Neben Heine gehörte der Schriftsteller, der Publizist und Dramatiker Karl Gutzkopf dazu, ein Schüler und manche sagen sogar ein Lieblingsschüler des Philosophen Hegel. Gutzkopf wiederum förderte Georg Büchner, den Trotzkopf, der Zeit seines Lebens heftig ablehnte, je etwas mit dem jungen Deutschland zu tun gehabt zu haben. Und schließlich wäre da noch Ludwig Börne zu nennen, der dieser eben formal nie bestehenden Gemeinschaft dem Herzen nach gewiss angehörte, den aber seine Verfolger in der politischen Justiz aus irgendwelcher Schlampigkeit nie in ihre Protokolle, heute würde man sagen, nie auf den Schirm bekamen. Dieses junge Deutschland war eine Veranstaltung, die ihre stärkste, ihre positive politische Inspiration natürlich aus der französischen Juli-Revolution des Jahres 1830 bezog. Sie erinnern sich aus Ihrem Geschichtsunterricht, verehrte Zuseher, der französische König Karl X. Ein Reaktionär, wie je Gott ihn nur schuf, wurde durch einen Volksaufstand, durch eine Koalition von Handwerkern und von, heute würden wir sagen, Intellektuellen, also von Arbeitern und Studenten und allem Möglichen ins Exil nach England gejagt. Denken Sie nur an das im selben Jahr, also 1830, entstandene, uns allen noch gegenwärtige Gemälde des Eugène de Lacroix. Die Freiheit führt das Volk, das Bild mit der Triculore, der schönen jungen Frau mit dem packenden, dem entschlossenen Ausschnitt. Es begann die goldene Zeit des Bürgertums in Frankreich, ein Vorbild. Und dieser Erfolg blieb nicht ungehört. Im Europa überall gab es Bestrebungen, dem französischen Beispiel nachzueifern. Es zündelte und kokelte und zischte und dampfte in Norditalien und in Böhmen, selbst in Skandinavien und im fernen Russland. In den Ländern des Deutschen Bundes waren es vornehmlich die Dichter und Denker, die die französische Glut nach Deutschland zu überführen suchten. Den Idealismus klassischer oder romantischer Provenienz, den sie ohnehin für überaltert hielten, ihre Helden Goethe und Schiller lehnten sie mit der Entschiedenheit ihrer Jugend und ihres neuen Verständnisses der Zeit ab. Heinrich Heine dabei allen anderen voran. Dafür zahlte er einen hohen Preis, ein Leben in beständiger Unruhe. Wobei diese Unruhe, wie jede Unruhe, aber auch ein notwendiger Antrieb für ihn war. Begonnen hatte dieses Leben nicht mit dem Bekannten, dem silbernen Löffel im Maul. Im Gegenteil. Die Eltern von Heinrich Heine waren Juden und untüchtige Geschäftsleute. Noch dazu gerade in Düsseldorf keine glückliche Kombination. Aber erfreulicherweise gab es da noch einen wohlhabenden Onkel in Hamburg, der die vielfältige Begabung des Neffen erkannte und ihm ermöglichte, bei den Großen der Zunft Rechtswissenschaften zu studieren und sich in diesem Fache auch promovieren zu lassen. Den Hut vor der Gesellschaft ziehend konvertierte Heine zum protestantischen Glauben. Und nebenher verkehrt er mit allen Größen des damaligen deutschen Geisteslebens, mit Schlegel, Savigny, Hegel. Und er hofft törichterweise auf eine Berufung an die Münchner Universität. Das war 1825 und Heine war immer noch Jurist und Aufklärer. Doch dazu und darüber hinaus schon immer mehr Dichter, erfolgreicher Dichter. Darin bestärkten ihn sein erster monumentaler, wirklicher Erfolg, die Gedichtssammlung Buch der Lieder. Ein Werk, das noch zu seinen Lebzeiten 13 Auflagen erreichte. Und dann kam ein weiterer Erfolg hinzu. Das waren die Reisebilder, die zwischen 1826 und 1831 erschienen. Und die dem deutschen Lesepublikum eine nun völlig ungewohnte Kost vorsetzte. Eine Mischung aus Naturschilderung, Essay, Selbstbetrachtung und Dichtung. So virtuos hatte vor ihm noch niemand diese Gattung Reiseliteratur interpretiert. Und ehrlich gesagt, mir fällt auch niemand ein, der je glücklich in diese Fußstapfen getreten ist. Diese Reisebilder sind auch ein wirtschaftlicher Erfolg. Das hat in der Sekundärliteratur oft zu dieser wunderlichen Aussage geführt, Heinrich Heine sei der erste deutsche Schriftsteller gewesen, der sich, anders als Goethe und Schiller, nicht unter den Schutz von Herren hätte begeben müssen, sondern gleichsam als freier Schriftsteller leben konnte. Das ist, facettig gesagt, neoliberales Geschwätz. Denn es gab immer einen reichen Onkel, es gab immer einen Freund, es gab auch immer einen tapferen Verleger. In diesem Fall den rühmlichen Julius Kampe, der aushalf, wenn Not am Mann war, wenn Schmalhans Küchen- oder Kellermeister war oder der eben fehlte, der schmerzlich vermisst wurde. Etwa in den letzten schrecklichen Jahren, Heines in Paris in der Matratzengruft, wo er 1856 starb. Es kann eben auch der Leichtfüßigste, der Empfindsamste, manchmal gewiss auch Ekelhafte, der dabei Neugierigste, Mutigste, sich selbst immer am prächtigsten bemitleidende Dichter nicht in Frieden seinem Handwerk mit einigermaßen verlässlicher wirtschaftlicher Absicherung nachgehen, wenn eine engstirnige, eine kaltschwitzende Zensur bestimmt, was erscheinen darf und was nicht. Etwa Deutschland, ein Wintermärchen. Erstmalig 1844 in Preußen verboten. Im Namen von Friedrich Wilhelm IV. wird ein Haftbefehl gegen Heinrich Heine erwirkt. Das war nicht der Auftakt der Verfolgung, schließlich waren andere Schriften Heines bereits 1835 verboten worden. So schreibt er, die geistige Einheit gibt uns die Zensur, die wahrhaft ideelle. Als er das schrieb, befand er sich wieder auf sicherem Boden in Frankreich und ahnte wohl schon, dass er seinem Vaterland mit dem Wintermärchen ein wunderbares Denkmal gesetzt hatte, ein Denkmal, das über all die langen Jahre Bestand hatte. Ihm selbst dagegen blieb ein Denkmal aus Stein, aus Holz oder Metall verwehrt. Nur die Kaiserin von Österreich, unsere verehrte Sissi, hatte diese Größe allerdings nur in ihrem Schloss in Korfu. Untertitelung des ZDF für funk, 2017